Wieso, wie ich sowas hasse, ne? Wieso, wieso, wie sehr ich sowas hasse? Könnte ich kotzen, alter. Abwehrfeder, halt die Fresse, echt. Ich habe den 3.30. Ja, so ein Glück. Wow. Naja, stell dir vor, ich hätte Ewigkeiten gebraucht und dann herausgefunden, weil ich da nicht fang da. Ach, Pokémon, 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 Pokémon. Und was hast du? LURIA! Äh, wieso? So Leute, willkommen zurück in dem Soulink-Part. Ihr seht gerade, was auf Neros Werte passiert ist, um das kurz zu erklären. Im letzten Part wurden die gefickt, also ich wurde gefickt und Neron wurde mitgefickt. Und ja, wir haben geguckt auf der Brücke, die links ist, gibt es wirklich, äh, ein Pokémon. Nero hat ein Lugia erwischt, was richtig geil ist. Ich habe aber ein Problem. Warum? Das Ding killt Pole. Aber Pole ist doch Pflanze. Ja, eben. Das Ding ist Flug-Psycho. Alter. Aber einen Hit muss ich, muss ich machen. Ich muss ihn einmal paralysiert kriegen. Ja, und warum ich nicht auf der Brücke bin, sondern hier am Level bin, ist, ähm, weil ich war auch schon auf der Brücke. Was hast du gemacht? Okay, macht nicht viel Schaden. Und, äh, er wird abhören, ist klar. Und, ähm... Windstoß, scheiße. Lass mich kurz erklären. Bei mir wäre halt ein Sichtlor gewesen und es gibt ja nur das eine Pokémon. Und ja, Sichtlor kann sich ja nicht weiterentwickeln, Leute. Wisst ihr Bescheid? Ich habe immerhin schon das Rosana entwickelt. Die anderen beiden sind auf 29, das ist in Ordnung. Und... Ja, bei mir ist... Wir haben das halt bei mir jetzt so gemacht. Ich fange jetzt hier beim Trainer an. Bei dem... Bei der Höhle darf ich dann zwei Encounter fangen, weil das eine halt, ähm, in Sichtlor ist, was ich nicht benutzen kann. Weil ich kann... Ich kann es nicht zu Cherox machen. Das kann nicht sein! Killt dich das Ding? Nee. Pass auf keinen Fall, der killt mich niemals. Okay, ja, wenigstens, dass ein Lugia-Werk üben... Als ob ich ein Lugia kriege. Hey, wie geil! So, Trauen von Giel ist jetzt... Äh, lol. Ja, Siederwasser will ich nicht einsetzen. Da habe ich zu Angst. Ich habe viel zu viel Angst jetzt vor. Ich werfe jetzt auch gleich schon mal einen Ball. Okay. Ja, lol, der macht mir halt null Schaden, ne? So, also wirklich gar nicht. So, jetzt werde ich, jetzt, jetzt werde ich einen Ball werfen schon mal. Let's go. Der heißt auch Trauen von Giel. Mein Gott! Hyperball paralysiert Lugia. Los geht's. Erster Ball. Erster Ball. Eins, zwei, drei. Als ob. Und er geht raus. Boah! Das wäre aber auch zugestört, Alter. Oh, er geitet fast. Genesung. Jawoll, ey, Alter. Boah! Oh ja! Als ob! Warte, so, Sürrlo ist doch Psycho, oder? Psycho, äh, Psycho-Dingens, ja. Psycho-Geist. Ja, das fickt Trauen- Das fickt ja Trauen-Fugil, ne? Nee. Man, ja, andersherum, oder? Ja. Also, okay. Ja, dann muss ich in Joker. Yo! Zweiter Ball, nicht einmal gewackelt, aber dritter Ball, komm. Alle guten Dinge sind drei. Nee, überhaupt nicht. Aber Lugia wäre übel. Alter, den ersten... Oh, der kann Sondersensor! Okay, ich werde noch einmal Windhose einsetzen. Warte, Unlicht, Fickt, Geist. So war das, ne? Ja. Okay, dann ist das Trauen-Fugil eventuell jetzt weg. Der Stauner macht wahrscheinlich gar nichts. Jo. Und bis Fickt nicht gar nichts. Tötet ein Crit. Ich will jetzt nicht was kriegen. Ich will jetzt auf keinen Fall was kriegen. So. Oh, Lugia! Alter, Lugia macht mein Team so... Oh mein Gott. Das ist genau das perfekte Pokémon für mich. Ich habe gesagt, Psyche-Pokémon ficken mich. Der resistet das. Boden macht mich kaputt. Der ist flug. Lol. Komm her jetzt. Ach, bitte, bitte, bitte! Bitte! Eins. Du Hurensohn. Oh Mann, ey. Was kann jetzt wahr sein? Warte, ich habe echt sehr, sehr viele Bälle, ne? Also wirklich. Ja, okay. Ich habe, glaube ich, fast 60 Bälle. Also komm. Ja, okay. Ich habe auch irgendwie... Pokéball. Fünf gespielt hat? Okay. Lustig. Und Sondersensor hat, glaube ich, 30 Mal. Oh, Lugia. Schüttet. Als ob. Genesung. Let's go. Du kannst ja nichts machen gegen mich. Okay. Das dürfte eigentlich funktionieren. Das könnte funktionieren. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, ich habe gerade einen Bug rausgelöst. Wieso? Weil ich mich habe eine Trainerin angeguckt. Das heißt, eigentlich sollte ein Kampf losgehen. Aber in dem Moment hat mich ein wildes Pokémon angeguckt. Das habe ich genau... Das hatte ich eben auch. Der ist einfach weitergelaufen, obwohl ich ein wildes Pokémon nicht habe. Ach, nee, das war keine Trainerin. Okay. Sonst wäre das jetzt vielleicht ein Bug. So kann man nämlich Bugs auslösen. Weiß ich auch... Nee, bei mir war das so. Das Pokémon kam. Eigentlich bleibt dann alles stehen. Dann kommt so ein... Ja. Und der ist einfach gegen mich gelaufen, der Trainer. Monoxid, ja, krass. Ja, oder das. Das hattest du doch. Das war von welchem Typ? Psycho. Psycho. Jo. Psycho, also unlichtfickt Psycho. Oh, dreimal! Du kleiner Bastard, Alter. Du lutschst. Komm, der wird irgendwann reingehen. Ich werfe jetzt erst mal nur Superbälle gerade. Als wenn du einen Lugia hast. Ey, dann sieht es schon ganz anders aus. Nee, ich werfe jetzt alles... Alle Hyperbälle direkt jetzt. Warte mal, was war das denn jetzt? Okay. Oh, Lugia! Ist er drin? Nein, aber... Alter, Lugia, what the fuck? Alter. Ja. Ich habe Hoffnung in meinem Leben. Jetzt bekommen. Ja, das ist echt Hoffnung. Gerade gesagt... Ja, das ist so geil. Neuer Encounter, der krass ist. Ich merke es, Alter. Alter Lugia, bitte! Warte, das hat er bei mir eben nicht eingesetzt. Okay, das macht keinen Schaden. Ich habe zehn Hyperbälle. Die werfe ich jetzt erst mal alle. Boah, warte, ich habe jetzt gerade echt Angst. Wovor? Psycho macht nix gegen Boden. Okay. Nein. Also nix gegen Rizurus schon mal. Würde ich so nicht sagen. Das ist schön, weil ich nutze jetzt die eine Runde, um Joker zu fallen. Ich habe nämlich Angst. Oh, ich habe genug Kumu mit. 4-1, du Hurensoooooooon. Aber deine Reaktion war gar nicht so krass. Du hättest mehr schreien müssen. Ne, ich bin auch gerade ein bisschen ruhiger. Tut mir leid. Ja, das merkt man auch. Aber Leute, wir sind halt noch geschockt. Ich bin immer noch total am Arsch. Also der Schock ist bei uns jetzt noch. Ja, das ist echt so. Alter Vater. Du Wichser, die ganze Zeit bei dreimal. Wenn du ihn jetzt nicht bekommst. Dann, ne, 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 ne. Das könnt ihr mir nicht antworten. Der ist paralysiert und fast im roten Bereich. Hallo, halt die Fresse. Und ich habe keinen Bock, Drachenstoß. Äh, Drachenstoß. Oder soll ich einmal einsetzen? Ne. Ja, nicht, weil wenn der nicht rein geht. Kein Risiko. Der geht einfach nicht rein, ey. Du hast genug Bälle. Ja, muss ich auch machen. Und Verzweifler, da ist er noch weit von... Ach, du kleiner Bastard. Noll, er ist mit Glut gesetzt. Du Schwanzkopf. Komm, ey. Das ist nicht dein Ernst, Lugia. Ich bitte dich. Ich bitte dich, Alter. Du bist doch cool, oder nicht? Wenn er mich mit Glut burnt, raste ich aus. Äh, noch fünf Überbälle. Inzwischen kann Joker übrigens Lake nicht mehr. Aber Welle, Lake ist... Ja, deine Mutter, du Hurensohn. Wie einfach der erste Wurf der Weste war. Lol. Und auch Level 30 wie ihn. Vier Bälle. Du hast nur noch vier Bälle? Vier Hyperbälle nur noch. Eins. Hurensohn. Okay, vielleicht machst du Rachenstoß. Junge, ich nenn dich echt gleich Sielo, wenn das so weitergeht. Vielleicht machst du echt Rachenstoß. Einmal muss ich machen, glaube ich. Boah, wenn du denkst, ey, dann raste ich aus. Dann raste ich auch aus. Ich will's nicht machen. Nee, ich werf jetzt Bokebälle nur noch. Gerade mal erst mal. Warte, bis die halbwegs wechseln. Ja, mal 20 ungefähr oder so. Alter, der geht dem. Wackelt mich einmal, der Hurensohn. Der muss eigentlich, der muss eigentlich in den Roten. Wenn das jetzt wieder losgeht. Warte mal, warte mal. Kann ich ihn anders schwächen? Ich kann ihm sowas. Ich muss damit was anderem schwächen, aber... Ist das nicht sehr effektiv, Mann? Da, Brüller, willst du mich verarschen? Wehe, es kommt Joker rein. Fick dich. Nee, das kann ich doch nicht machen. Wenn der jetzt irgendwie schneller ist, wegen irgendeiner Scheiß, da ist Joker... Ich könnte Gigasauger doch machen. Klar, der ist flug psycho. Das ist nicht sehr effektiv. Das kannst du machen. Und der ist auch ein paar Level drunter. Doch. Doch, selbst ein Crit dürfte hier nicht ausreichen. Auf gar keinen Fall. Oder? Ich habe auch einen Minus-Spezialangriff-Wesen. Komm, ey. Ja, das sollte er tanken. Dann ist das Lupio auch. Ja, aber... Ich probiere es jetzt. Mega-Soger. Wie viel machst du? Wenn du jetzt kritisch, Junge. Okay, er ist im roten Bereich. Oh Gott, Alter. Luger darf mich angreifen, weil ich hatte nämlich gerade Angst, dass Pole vielleicht sterben würde. Tut er aber nicht. Ich wechsel jetzt raus. Er ist im roten Bereich, paralysiert jetzt. Halt die Fresse. Du gehst in den Katzpark. Kann Bispark Kampf attacken? Ja. Boah, ich bin mit Rize-Rost-Euner, ne? Aber jetzt noch nicht, glaube ich. Okay, tot. Wegen Felswurf. Nenn. Sehr schön. So. Felswurf rasiert einfach übelst. Oh mein Gott, Alter. Das darf jetzt nicht passieren. Wenn der jetzt hier rausgeht, dann hacke ich mir die Fresse ein. Dann werde ich ihm einen Schwanz in seine dreckige Fresse reindonnern. Und zwar auch noch von hinten. Wenn du das, Lugia, nicht fängst. Eins. Zwei. Drei. Hurensohn. Du kleiner Hurensohn. Du bist der größte Bastard, den es gibt. On Earth. On Earth. So, komm. Noch drei Bälle. Drei Hyperbälle. Komm. Lugia. Du willst so eine Gucci-Huntasche. Eins. Zwei. Drei. Du bekommst sie nicht, du Wichser. Du bekommst sie nicht. Nein. Das darf nicht wahr sein. Letzter Hyperbälle schon mal. So. Hallo. Willst du eine Ray-Ban in schwarz? Oh Gott. Zubiris. Ich kann mir den Typ nie merken. Psycho. Unlicht. Unlichtgeist. Okay. Eine Ray-Ban. Stehst du nicht drauf? Okay. Alles klar. Unlichtgeist. KOK. Ja, willst du einen Heilball oder was? Bist du gay? Wer kann doch sein? Lugia? Bist du gay? Nee. Okay. Bist du nicht. Freut mich. Oder? Bist du doch gay? Letzte Chance. Bist du gay? Ey, das kann mir jetzt nicht angehen, oder? Eins. Okay, du bist auf jeden Fall nicht gay. Lugia! Oh nein. Bitte, Junge! Ich habe noch was? Ich habe noch exakt 57 Bälle. Ja, mal gucken, ob das jetzt noch klappt. So, alle Superbälle werfe ich jetzt auf jeden Fall. Nicht einen Buckler. Was ist das denn? Joker kann keine andere Attacke als Bist einsetzen. Warum das denn? Weil er gelockt ist. Weil er irgendwie was eingesetzt hat. Zugabe oder so. Ach so, ja, das war noch vom letzten Pokémon. Super. Und Bist ist, äh, nee, ist sogar normal effektiv. Jo, wackelt auch wieder kein einziges Mal. Aber er macht Schutzschutz. Nee, mit Superbällen hätte ich eh nicht so gute Erfahrungen. Wenn ich ehrlich bin. Was? Superbälle habe ich eh schlechte Erfahrungen mit. Die sind immer kacke. Ja, die sind extrem kacke. Du hattest fünf Meistern dann nicht einmal gewackelt. Ich werfe Poké-Bälle. Ey, das kann jetzt nicht sein. Gerade haben wir, gerade haben wir das Glück, Junge. Come on, bro. Ey, leck meinen Arsch. Komm jetzt. Der geht dir schon jetzt ins Geld, ne? Der geht mir sehr ins Geld, aber wenn ich den habe, ist mir das egal. Ja, okay. Das ist wie bei der Arena. Kumo-Milch ging mir auch ins Geld, aber ich habe es irgendwie überlebt. Ja, eben. Poké-Bälle, let's go. Irgendwann musst du doch drinbleiben, du dummer Penner. Du hast doch nicht so eine Rolle. Bei so vielen. Eins, zwei, drei. Ja, Hurensohn. Du größter. Das ist der größte Bastard, den ich jemals gesehen habe. Wie nenne ich dich? Nenne ich dich echt Sirlow. Dann gibt's Sirl und Sirlow. Sirlos. Nein. Null. Null. Okay, alles klar. Ne, ich wäre fast die ganze Zeit die Bälle. Das Ding will ich haben. Nein! Ja, Kritte mich halt nochmal. Cool. Freulich. Ne, so ein... Feuerwehr. Genesung. Oh, Alter. Hätte ich jetzt Hydropolist nicht, dann wäre das schon vorbei gewesen gewesen. Weil der mich mit allen anderen Attacken... Gestein ist sehr effektiv auf Feuer, ne? Wie normalerweise... Ja, ja, hört doch. Ist so. So! Null. Yeah! Was, Null? Ja, kein Wackler. Lugia! Aber ich habe in Smaragd auch Ewigkeiten gebrochen, um ihn zu fangen. Ja, langsam wird's ein bisschen eng. Mein Freund. Ich kann Dampfwalze lernen. Uhrensohren. Ne, 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 meine Freunde. Geh's dir in den Scheißball rein, Alter! Alter, Lugia, wie gut das wäre, Mann. Aber das gönnt mir das Spiel anscheinend nicht. Dampfwalze ist nicht so geil, oder? Doch, ist cool. Aber Felswurf ist besser, glaube ich. Ja, kann's machen. Ein anderer Typ. Ein ganz anderer Typ. Felswurf ist Boden. Dingens ist Gestein. Achso, stimmt. Die Masse kann weg. Ja. Äh, Lugia, du weißt, dass du mich gerade leicht zum Verzweifeln bringst, ne? Vielleicht jetzt doch ein Superball. Ich meine, das würdest du dir ein bisschen passen mit der Farbe. Eins. Hurensohn. Nein. Äh, ich glaub, ich krieg, ich glaub, wir kriegen den nicht. Wie viel Bälle hast du noch? Ähm, warte, ich muss erst mal Genesung einsetzen. Ich hab auch noch zweimal Genesung, by the way. Aber ich hab noch genug Humu-Dinger. Ne, das kann nicht sein. Ja doch, das Spiel, weißt du, das Spiel belohnt uns, fickt uns, wir haben oft uns und fickt uns, genau. Oh nein! Sieben, äh, jetzt, jetzt hab ich noch 46. Okay, ey, das kann nicht sein, bei 70 Bällen, dass er da nicht reingeht, alter. Ich meine, die Hälfte hab ich jetzt schon fast geworfen, ne? Ja, ich weiß. Ja. Cool, ey. Also, wenn du nicht reingehst, mein Freund, dann weiß ich auch nicht. Ist hier ne Pension, oder was ist hier? Was ist das für ein Laden? Keine Ahnung. Ist das irgendein Labor? Ne, der wackelt nicht einmal. Ähm... Der wackelt nicht einmal. Das ist nicht so geil. So, acht, noch acht Super-Bälle. Und der Rest ist ne Poke-Bälle. Ja. Ja, nicht ein, nicht ein Wackler. Ach, ich seh's doch kommen. Ich seh's doch schon vor mir. Macht doch schon fast keinen Sinn. Ach, das ist so lächerlich. Du kannst mich mal, alter, du dreckst... Das Spiel gönnt mir gar nix, das Spiel gönnt mir nix. Ja, kein bisschen. Hoffnung, wir brauchen Hoffnung. Aber nicht so. Ja, das ist keine Hoffnung, das ist Arschfick. Ja. Eins. Hurensohn. Das geht nicht. Ich krieg den... Ganze Pokemon machen mir echt Probleme. Da muss ich in Syrlo rein. Satzehn, ja, alter. Ja, wenigstens kannst du jetzt was aufholen. Ja, stimmt. Joa, Lube. Aber sag, war das ins Marag bei mir auch immer, alter. Ach, du Wichser, alter! Mann. Boah, bist du ein F**k, Alter, ne? Du bist so ein Syrlo, bist schneller. Gut. Junge, ich weiß nicht, wie ich dich nennen will. Echt, also wenn, wenn... Ja, gut, ich krieg dich eh nicht. Eins. Ja, deine Mutter. Deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter ist so gottverdammt hässlich. Deine Mutter ist ne Mischung aus Syrlo und Gollum. Boah, das ist hart. Aber das ist mit Syrlo ist auch schlimmer, ja. Da will ich lieber nur Gollum machen. Wirklich. Nicht... So, letztes Mal Genesung. Leute, es ist spät am Abend und Lugia... Das ist mir so egal, Lugia, Junge. Du musst jetzt hier reingehen. Weißt du... Leute, es ist zwar spät am Abend, aber wenn der jetzt nicht reingeht, schrei ich einfach so laut, wie ich kann. Das ist mir egal, ob die Nachbarn die Polizei holen. Ja, ist mir auch egal, ob mein Vater lang gleich hochkommt mit Gürtel. Das ist mir dann mir so egal. Lugia kann nicht angehen, als der immer durch die Finger geht. Du wackelst die ganze Zeit nur einmal, bist du behindert! Von welchem Typ ist Schlafohr normal, ne? Ja, hatten wir doch eben schon, oder? Ja, eben. Ja. Ach, lol, der Pokéball ist einfach ein Pokémon. Dreimal! Ey, Alter! Jetzt ist kein Superball mehr. Letzter Superball, ist eh kein Wackler. Das wusste ich, wusste ich. Ich hasse deine Mutter. So, jetzt nur noch 36 Pokéball. Das ist eine Pokéball. Das ist nicht gut. Ach, echt? Hast du richtig erkannt? Eins, zwei, drei... Es... Alter! Ich hoffe nur, weil du darfst ihn aber noch nicht benutzen. Hello, Kreuzke! Genau. Warte. ich nenne es wieder Wasser fickt mein Leben oh nein jetzt geht das schon wieder los ich nenne es wieder nach der schönsten der geilsten die es gerade gibt ich muss in Alabus gehen weil Wasser fickt mich kannst dann Kreideschrei spammen und dann bissen wie gesagt ich nenne es nach einer Frau die mir sehr wichtig ist habe ich schon mal gemacht aber Svenja Gisela Svenja ist zurück naives Wesen Innitho verteidigt Spezialverteidigung runter ist okay nicht andersrum? oh alter der hätte fast verzweifelt ich habe zwei Steps ich habe es alter das Ding ist stark und Drachenstoß auch das dürfte Schaden machen ja ja ich bin zwar noch im grünen Bereich aber super trank boah alter ja ich muss auch in Faveli kaufen was macht Lebenbrühe für einen Schaden ich muss mich die ganze Zeit heilen jetzt scheiße alter ja Lebenbrühe ist stark ja aber kann daneben gehen ok jetzt macht er Grimasse jetzt macht er Grimasse wenigstens nicht schlecht boah das kann nicht sein und nochmal Kreideschrei deine Mutter stinkt aus dem Arschloch das sollte ich tanken als ob ich verwirrt bin lol ok aber Kreideschrei kommt durch so warte ey boah alter leck mich so ich gehe kein Risiko ich halte mich jetzt nochmal das ist mir egal naiv so hier wenn er diese Würde kacke macht ok würde mich nicht killen aber wenn das jetzt kürt jetzt geil bin ich noch verwirrt ok komm bitte bis komm durch yes stirbt er ja nein noch ganz bisschen Bodyslam das denke ich das denke ich jo und Kyo großtritt geil oh galopper ok das Ding ist also um die tricksen oh mein Gott oh mein Gott ne weißt du wat ich nehm das Ding schon mit aber ich darf es ja nicht benutzen ich nehm es trotzdem mit ich nehm es trotzdem schon mal mit oh was denn Lugia und ok wenn du das dann später benutzen darfst ey oh shit ja du brauchst auch was geiles ja aber du bist ja noch nicht safe durch ich muss ja meinen auch noch fangen ja das ist ja das schon ich hab Angst ich brauch Svenja ich brauch Svenja Svenja an meiner Seite brauch ich oh Mods achso ich wollte ja noch einkaufen ja das ist gar nicht mal so schlecht dass ich wieder zurückgegangen bin ja warte dann nehme ich das andere Ding auch noch mit oh hier ist ein Blattstein ach da bist du also ok ja ja und lass mich in Ruhe bewegen ich nehm Morana auch schon noch mit aber für nix ist halt eben nicht alter wie fett und du willst in der Höhle verzweifeln haben das ist ja mein zweifeln wir sind hier schon bei 26 Minuten alter das geht ja noch aber ich hab wenigstens was aufgeholt ja das kann man auch sagen so ich hab jetzt nochmal 20 Pokébälle gekauft aber ich hab jetzt sogar noch richtig viel Geld ja kannst wieder wenigstens mal einkaufen ja mach ich jetzt auch gerade ich hol noch 10 Pokébälle ok jetzt hab ich doch wenig Geld aber ich kann die ganzen schwulen Federn verkaufen oder generell was verkaufen hier Prachtfedern 3 nee 2 ok ok Nugget hab ich auch 2 geil boah das gibt Geld ja das gibt richtig Geld Platsch dein Nösen ich mach hier halt die ganzen Trainer ne das levelt auch nochmal Gardevoir das fickt mich warte was ist der Psycho Pflanze Psycho Pflanze Psycho Pflanze oder nicht aber der kann Rasierblatt äh sowas ja eben oh bruh warte ich guck mal Gardevoir der kann auf jeden Fall Dingens wie heißt die Attacke das kann er save Zauberblatt oh lol genau Zauberblatt kann der ja genau ok der hat noch den Fehltypen ab XY aber das juckt erstmal nicht Wreck diese Federn die ich da gesammelt hab ich merk grade wie gut die sind eine gibt 1500 eine eine du hast 12 oder was ich habe irgendwie 50 nein nicht 50 aber auf jeden Fall von jeder Sorte 5 und es gibt 5 oder 6 verschiedene Sorten nein ich habe jetzt grad das Geld wieder raus geholt lol wie krass sooo ja warte Gardevoir kann ich angreifen mit fuck ja Dampf Dampfwalze wäre nicht schlecht eigentlich ich habe 51.000 bekommen ok komm Dampfwalze Zauberblatt warte ich kaufe noch Grün und Milch ich bin ein Idiots SOMEBODY WON'T TOLD ME THE WORLD IS GOING TO ROW ME I AIN'T THE SHARPEST TOOL IN MY SHARE ja ist nicht dein Ernst alter ja mit den anderen kann ich nicht rein ich muss jetzt in Syro ist der jetzt echt gestorben ja der ist gerade gestorben hey alter sag dazu gar nichts mehr ich glaube ich mach erstmal Gesang weil der ist gefährlich ja wer hat der ab Zauberblatt das war der dünnste Tod ever das ist nicht im Ernst oder ja das meine ich gerade ernst ja toll ey wer ist jetzt also mit dem Tod die Floor ok das ist sogar noch ok ja bei mir nicht aber ich muss mich ich äh kneip mich gerade selbst in den Arsch äh strafen ja das hast du auch verdient du ja das hab ich verdient ne der ist nicht Pflanze musst du keine Angst haben ich hab grad gesehen oh der ist nur Psycho greif mal mit Dampfwalze an ja das läuft ja noch schlechter das ist ja wie in Smaragd so schlecht hä ich bin zu müde ich sollte nicht mehr Pflanze ja jetzt ist wieder was tot das ist doch geil oder täuscht aber du bist jetzt vor der Höhle jeden Moment warte Pulverschnee ist ja bin ich gleich warte und Konfusion ist speziell da mach ich Trug ah ne der ist auch Psycho aber Pulverschnee ist speziell da mach ich Trugzähne und dann kann doch echt nicht wahr sein oder doch ist grad was jetzt was ey es ist es wird ja immer schlechter jetzt grad alles scheiße ey ich bin ein Posten hm der ist nicht Typ Pflanze ich musste mit Einhorn drin bleiben das ist wieder nicht wahr Alter das ist wieder nicht wahr das ist wieder nicht wahr Alter ich bin so ey ich spiel nie wieder nach 23 Uhr Pokemon Leute ja dadurch haben wir jetzt wieder was richtig krasses verloren er lebt noch er lebt noch ja geil ja ich hab was krasses verloren bei dir gehts ja sogar noch ja aber egal was wir jetzt verlieren das ist scheiße ja klar ist das scheiße ich bin auch echt ne Zange Formio ist auch Psycho ne Formio ist normal der war ein Zmarag Psycho seit's andere ne normal ja oh mein Gott oh eigentlich will ich gar nicht weiter laufen ich hab Angst im Dunkeln ich hab grad so dämlich Rizurus verloren das ist echt wow das wirft uns jetzt so weit zurück schon wieder scheiße das darf doch nicht wahr sein krass so recht ja kacke ne der ist nicht Pflanze also als ob ich so von dir gehört habe der ist nicht Pflanze aber danach mein Kopf abgestellt habe und die Kopfnuss haut rein ist fuck jetzt von dir oder von ihm von ihm scheiße hab ich fast gekält gerade als ob ey Rack bitte noch ne Kopfnuss ich muss wiederhauen das darf doch jetzt nicht wahr sein obwohl Reilevel drunter ist ja aber ich muss mal ausrechnen wieviel macht eine Kopfnuss Rest in Peace Soul Link aus der hat mich grad gecritet und dann hat mich da fast angebracht Rest in Peace Soul Link alter das kann doch nicht A sein es läuft nix es läuft Solo Tanks aber genug wenigstens macht das sehr effektiv auf Bossana cool ja ich geh zu Joker ich hab keinen Bock mehr das kann man nicht wahr sein wäre übrigens kein Bock ich bin da jetzt der Schulz und zwar der bin toll ok jetzt hängt ja viel mehr der Joker oh Gott und vor Mio gar nichts der darf mich halt nicht quitten vor Mios Tod ich hab echt als ob du als ob ich so in dem Moment wo du gesagt hast aber der kann Zauberblatt und so als ob ich da mein Gehirn abgestellt hab und dann nur das mit Psycho gehört hab sieht ganz so aus Passen mein Leben das versteh ich und ich seh schon das Lugia ist auch nicht das Lugia ist was? Flug Psycho ja was ist damit du bist ein Lugia das ist doch gut ne das hab ich ja noch lange nicht doch dafür brauchst du erstmal deinen scheiß schwulen Encounter warte wie machen wir das überhaupt womit der erste Encounter wird mit wem gekoppelt der erste mit Mark ja genau ok ich muss das was am Ende bereuen falls überhaupt irgendwer ergefangen wird davon ich kann ihn grad irgendwie nicht fliehen aber jetzt das darf doch nicht wahr sein ich komm echt keinen Schritt weiter ja ja bitte denkst du ich kann mit Joe mit Alibis dieses Madbo füchten ja ne wenn ich neun Level drüber bin ja ich denke schon lol hat nicht geklappt für Spaß ey ich kann nicht mehr dieses Soulink macht mich kaputt wo ist denn jetzt die Höhle man ist doch da oben drüber nach oben ja ist ok ja ist ok ich muss hier bleiben oh mein Gott das kann doch einfach nicht wahr sein das kann doch einfach nicht wahr sein das darf nicht wahr sein das das hier alle was passiert hier eigentlich die ganze Zeit mit Superschutz chill macht es sich so chill ich warte Elektrohöhle ok ja weißt du was grad cool ist 35 Minuten Leute hier an der Stelle beenden ich bin im Trainer ich bin ein Uhrensohn ich will dazu nichts mehr sagen ich bin einfach die tschüss ja ich mach den savey tschüss das ist und ist es so ung